Hallo und herzlich willkommen bei den Scharen. Heute ist es wieder so weit. Es geht mittlerweile Schlag auf Schlag. Gestern war das Handy abgelammt mit zwei gesunden Mutterlämmern. Heute ihre Mutter Emma mit einem Bocklamm und einem Mutterlämmer. Mittlerweile haben wir vier Mutterlämmer und vier Bocklämmer jetzt bei uns dabei laufen. Untertitelung des ZDF, 2020